Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich ganz unspektakulär meine Lieblingsspeise futtern und zwar eine Tantuni. Viele von euch wissen bestimmt nicht, was eine Tantuni ist. So ging es mir bis vor zwei Jahren auch. Aber seitdem ich das einmal gegessen habe, möchte ich das nie wieder missen. Das ist wirklich meine absolute Lieblingsspeise. Also das hier ist die Tantuni. Noch im verpackten Zustand. Ich packe jetzt die Tantuni aus. Ich habe jetzt schon seit, glaube ich, 45 Stunden nichts mehr gegessen. Und ich habe den übelsten Hunger. Und ich freue mich schon darauf, das endlich zu verzehren. Doppelt eingepackt sogar. So. Das hier ist die Tantuni. Einmal von der Außenansicht. Und einmal, aufpassen, dass ich rausfällt. Und so sieht die von innen aus. Könnt ihr das irgendwie erkennen? Also ich komme jetzt ein bisschen nach vorne. Vielleicht könnt ihr das mal sehen. Seht ihr? Das hier ist die Tantuni von innen. So. Ich hoffe, dass ihr das irgendwie erkennen konntet. Und diese Tantuni werde ich jetzt gleich verspeisen. Zu den Tantunis gibt es scharfe Peperonis. Und zu trinken gibt es eine Flasche Cola. So. Jetzt werde ich die Tantuni ganz gemütlich futtern. Los geht's. Ich liebe Tantuni. Erstmal noch einen Schluck trinken. Vielleicht kann ich ein bisschen rülpzen. Das erste Mal seit 45 Stunden, dass ich eine Cola trinke. Nun esse ich noch ein bisschen von den scharfen Peperonis. Die sind wirklich sehr scharf. In einem Video vor ein paar Monaten habe ich davon 20 Stück gefuttert. Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher, wie viele das waren. Das Video verlinke ich euch auf jeden Fall noch in der Videobeschreibung. Oh ja. Scharf ist es auf jeden Fall. Also die Peperonis, die sind echt sehr scharf. Aber die sind auch so lecker, weil die so scharf sind. Durch die scharfen Peperoni schmeckt der Tantuni sogar noch geiler. Oha. 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 Peperonis sind aufgefuttert. Nur noch ein Stiel ist hier übrig. Nun esse ich noch gemütlich die Tantoni zu Ende. Irgendein Röpster kündelt sich gerade an. Deswegen erstmal kurz abwarten. Oha! Hätte jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt noch furzen muss. Oha! 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 Ich habe hier noch eine Zitrone. Oder besser gesagt eine Zitronenscheibe. Und die werde ich auch noch ganz gemütlich auslutschen. Oha! 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 Echt sauer! Oha! 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 So, das war es jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video irgendwie unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.